2018, das ist die gleiche, die haben die gleiche Grafik genommen, weil es einfach keine gibt, es gibt keine, keine aktuelle Grafik dazu, seit, was war es jetzt, 2016, 2017, seitdem wurde keine Grafik dafür angefertigt. Hm. Wenn es euch gefällt, was ihr das seht, ne, geht gerne auf YouTube, schaut bei einem Kollegen vorbei, ich nenne ihn einfach Kollegen, ich bin zu frei, so, 3, 2, 1, ab geht's. Für einen Staat, der auf seine Fachkräfte zurückgreifen muss, weil er keine nennenswerten Rohstoffe besitzt, ist ein Schulsystem auf Weltniveau absolut überlebenswichtig, zumindest sagt mir das meine Logik, berichtet mich, wenn ich falsch liege. Ne, da hat er durchaus recht, ähm, mal diese ganze Ding hier außen vor gelassen, also diese OECD-Durchschnitt und so weiter, ähm, da geht's ja eh später noch mehr drauf ein. Also, dafür, dass wir kaum bis keine nennenswerte Rohstoffe haben, die wir irgendwie besonders nutzen, verbreiten, wie auch immer, können wir eigentlich nur durch unsere Bildung und dadurch das richtig geschulte oder gut geschulte, wie auch immer man das nennen mag, Personal quasi punkten. Und wir hatten ja eigentlich den Stand, ich würde sagen hatten, hey, der kommt aus Deutschland, ah, den stelle ich ein, der braucht sich gar nicht bewerben, hier, komm, her, haste. Also, wenn du dich jetzt im Ausland beworben hast. Ich würde sagen, das röckelt langsam, mein Empfinden. Wir können mich gern berichtigen, wenn ich falsch liege, aber es ist mein persönliches Empfinden. Jedes Bundesland kocht nämlich sein eigenes Süppchen, aber am Ende soll dann alles wieder miteinander vergleichbar sein? Ihr wisst es, und ich sage es, da ist Chaos und Ungerechtigkeit eigentlich vorprogrammiert. Ja, das ist so. Im Bildungsbereich, im Schulbereich allgemein, wie der ganze Aufbau ist, der Ablauf. Warum? Einfach nur warum, ich würde gerne versuchen, das zu begreifen, warum es so gravierende Unterschiede gibt, warum man das nicht unter einen Hut deckelt. Entschuldigung, scheiß Mikrofon, Entschuldigung, ich wollte nicht scheiße sagen. Haha, ich reibe mich nur rein. Ja. Warum das so ist, ich begreife nicht. Ja, das ist bitter, da steckt man echt nicht drin, haben bei uns auch eine Gruppe, das sind seit über 20 oder 30 Jahren die gleichen Erzieherinnen und eine andere Gruppe, haben sie alle halbe Jahre einen Wechsel. Ja. Das ist natürlich richtig bitter und ich kann es verstehen, wenn du deinen Job wechselst. Das ist kein Vorwurf, okay? Also bitte nicht so verstehen. Aber es ist halt für die Kinder, also das sind ja Personen, die dich dann jahrelang begleiten, nur zwei, drei, vier Jahre, je nachdem wie früh und wie lang du im Kindergarten bist. Aber es sind die ersten, wirklich die ersten wichtigen Personen extern in deinem Leben, die dich emotional abfangen, die dich kognitiv abfangen, die dich, wie heißt es so schön, sozialemotional, also dieses Gruppenbinden, ein bisschen miteinander und so weiter, die das einfach abgreifen und dich dann quasi versuchen in die Gesellschaft zu integrieren. In dieser Gruppe, das ist das erste Gruppenprojekt, das du in deinem Leben überhaupt kennenlernst. Und da ein ständiger Wechsel ist meiner Ansicht nach tödlich für die kindliche Entwicklung. Und das Gymnasium war eben die Elite-Bildungsanstalt, ausschließlich der Oberschicht und dem Bildungsbürgertum vorbehalten. Die bekamen dann eben leitende Positionen in der Politik oder in der Wirtschaft. Das Gymnasium ist nun das Nonplusultra, das ist die Regelschule, das heißt die meisten Schüler gehen mittlerweile aufs Gymnasium. Zum Beispiel dauert die Grundschulzeit in den meisten Bundesländern, wie ich gerade sagte, vier Jahre. Aber nicht in allen. Ja, in Berlin und in Brandenburg sind es sechs Jahre. Da muss ich einhaken, das finde ich persönlich super. In den Bereichen, wo es vier Jahre gibt, entscheiden, wie geht es weiter. Wo möchte ich mein Kind sehen oder wo sehe ich mein Kind. Die meisten sehen ihr Kind, haben wir schon gemerkt. Im Gymnasium kann man probieren, aber es ist halt die Frage, ob mein Kind wirklich soweit ist. Oder es jetzt, stand jetzt schon soweit, denkt, dass es sagt, Gymnasium möchte ich. Fünf Bundesländer in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland müssen alle Gymnasiasten Mathe als Abiturfach belegen. In den anderen Bundesländern kann man stattdessen Deutsch oder eine Fremdsprache wählen. Meine Güte, ich hätte mich so gefreut, wenn das bei mir auch schon so gewesen wäre. Und es ist klar, damit ist der Abiturdurchschnitt das... Das finde ich aber auch okay. Also, seien wir mal ehrlich. Du magst... Du kannst dich ja trotzdem festlegen nach einer Zeit im Gymnasium. Bin ich eher in der Naturwissenschaftler, bin ich eher im Sprachlichen, bin ich eher im musischen Zuhause. Und dann da auch deine Prüfung abzulegen. Voll in Ordnung. Geht ja noch schlimmer, wenn du ein Fachabitur gemacht hast wie ich, Dieter. Also, in Bayern wird mein Fachabitur anerkannt, genau genommen überall wird es anerkannt. Aber wenn ich eins in NRW mache, keine Anerkennung in Thüringen, Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, ist wertlos. Jipp, das ist traurig. Das ist richtig traurig. Und ich meine, so ein Studium oder Fachabitur kostet halt richtig Asche. Also, wenn ich jetzt an meinen Meister denke, da kriegst du ja dein Fachabitur mit. Das waren jetzt mal schlappe mindestens 4.500 Euro. Und wenn ich jetzt das in NRW gemacht hätte, dann hätte ich die 4.500 auch einfach zum Fenster rausschmeißen können. Ich hätte beispielsweise einen Psychologiestudienplatz bekommen, wenn ich besser in Physik gewesen wäre. Was hat denn die Physiknote mit meiner Eignung als Psychologe zu tun? Ja, also, physikalisch wird da bestimmt irgendwas mit reinspielen, dass du die Auswirkungen des einen Hormons in Verbindung mit des anderen Hormons und dann gibt es eine Wechselwirkung mit thermodynamischer Ausdehnung und ja, das macht Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Aber ja, diese Aussage mit diesen strukturellen Momentaufnahmen der Note ist interessant, weil ja, ich persönlich bin auch der Meinung, das stimmt. Weil du kannst an dem einen Tag, egal wie gut du in dem Fach bist, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass du in dem Fach sozusagen durchschnittlich gut bist und du schreibst eine Probe kannst, kannst du in diesem Fach, sag ich mal, die Note 2 bis 4 oder sogar 5 erlangen, aufgrund von verschiedensten Einflüssen. Also ich hatte Physik mit im Abi, da kam definitiv nichts dran, was Psychologen relevant ist, aber sicher wieder aufs Bundesland an. Ja, bestimmt, aber ich finde es halt lustig, dass du für manche Bereiche, und da merkt man halt einfach, dass unser Schulsystem ein bisschen statisch ist, also Wandel ist ja im Schulsystem eh schwierig, dass man da einfach, da muss man doch einfach logisch denken und sagen, kommt da was drin vor? Nein? Nein? Okay. Dann brauchst du das in dem Berufszweig auch nicht zwingend. Es wäre wünschenswert, aber nicht zwingend. Das würde ausreichend. Das würde absolut ausreichen. Denn auch die Lehrerausbildung per se ist ein Problem. Die meisten Studierenden schließen ihr Lehramtsstudium nämlich gar nicht ab. Beispielsweise brechen in Greifswald 83% aller Lehramtsstudierenden ab. 83%? Okay, jetzt bin ich neugierig. Wo ist Greifswald? Greifswald liegt bei Mecklenburg-Vorpommern. Wie eine Arbeitslose von mir, der ist hoch in den sozialen Megakompetent und er wäre der perfekte Lehrer, aber naja. Das, was er da hatte, hat ihn fast zum Burnout getrieben. Wie meinst du das, was er da hatte? Meinst du als Lehrer oder seine Arbeit, die er da gemacht hat? Das einzige, was da fehlte, damit er ein vollwertiger Lehrer war, ist das Referendatia und die Art, wie er hätte lehren müssen, um dieses Zeugs beizubringen. Die Anforderungen, die teils aus der Luft gegriffen waren, um Lehrer zu werden, wie bei dem Rothaarigen da, das ist der dunkle Parabelritter, war halt, naja. Wir würden abschalten, durchlernen und eine leckliche Arscheinstellung haben, sobald Probleme auftreten. Ich würde euch gerne sagen, wie es im Rest Deutschlands aussieht, aber laut der Zeit ist Mecklenburg-Vorpommern das einzige Land, das die Studienverläufe von Lehramtsstudierenden wissenschaftlich untersuchen lässt. Ich meine, das wirkt fast so, als hätte das ganze Thema keine Priorität, ne? Laut dem dortigen Bildungsminister... Oder man versucht, da keine zu großen Daten aufkommen zu lassen, weil man würde sich ja quasi losstellen, aufgrund von, keine Ahnung, was da rauskommt. ...Germanistik und Geografie studiert und Didaktik dazu und ein bisschen Psycho. Studium ist, was ausschließlich Kommilitonen und Kommilitoninnen dabei zuhören, wie sie unmotivierte, meistens schlechte Vorträge im Frontalunterricht abhalten. Laien können einander nicht zu Profis ausbilden. Wegen dieses Grundes geht man auf eine verdammte Uni und liest das nicht einfach nur im Internet. Weil am Ende des Tages ist es genau das, was man in der Universität macht. Man sitzt zu Hause, liest das ganze Zeug im Internet, schreibt sich das zusammen und das war dann der Prozess. Wow. Leider genau das. Ja, aber wie er so schön sagt, ein Laie kann doch keinen Laien ausbilden. Also, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ich will jetzt mal den Dozenten in dem Vortrag jetzt mehr nicht absprechen, dass sie nichts auf dem Kasten haben. Es gibt bestimmt Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben. Oder wenn du im Frontalunterricht, also du wirst quasi wirklich beschallt, ne? Nicht gerade noch, dass du eine ZD bekommst, wenn du unterschreibst, wo der ganze Unterrichtsstoff drauf ist. Und du musst das Ding zehn Stunden am Tag tragen und dann wird dir der Stoff quasi einzuggeriert. Und im Schlaf vielleicht auch noch, dass du im Schlaf auch noch lernst. Dann könnte man vielleicht die Ausbildungszeit der Lehrer nochmal verkürzen. Ja, Idee, praktisch. Überlegen wir mal, wie viele Lehrer es gibt, die nur das Buch durchlabern. Das kann auch ein Hilfsarbeiter, der Deutsch lesen kann. Ja, das hat nichts mit Pädagogik oder Lehren zu tun. Wenn Fragen sind, Seite 79. Was ist das? Ist das irgendwie ein Versuch, diesen Facharbeitermangel, den wir da haben? Wobei, Facharbeitermangel würde ich jetzt nicht sagen, dass wir haben. Wir haben einfach Menschen, die nicht mehr bereit sind, für einen Appel und ein Ei so viele Stunden zu buckeln. Das würde ich sagen. Und das ist kein Facharbeitermangel. Das ist einfach, der Mensch hat dazugelernt und ist schlau geworden und das schmeckt den Arbeitgebern nicht. Ist so. Soll denn so Bildungselite entstehen? Ich weiß es nicht. Sag es mir. Das Lehramtsstudium ist im Großteil nicht nur einfach sinnlos. Die Inhalte widersprechen teilweise der Praxis entschieden. Du lernst im Frontalunterricht, wie schlecht Frontalunterricht ist, erfährst, wie wichtig die Kompetenzen sind. Während du nur auswendig lernst und lernst, wie man als verantwortliche Lehrkraft arbeitet, während die eigenen Lehrkräfte faktisch keine Leistung erbringen, weil sie ja nicht mal selbst die Sitzung vorbereiten. Und dann werden die Seminarleistungen am Ende ausgewürfelt. Und glaub mir, wir haben das mehr als einmal ausgetestet. Dass du ein Basiswissen haben musst, kein Thema. Du musst dich ja dann hinstellen können und 10, 20, 30 Kinder bespaßen können, sage ich jetzt mal. Aber in der Ausbildung klappt es doch auch. Ich hatte beim Eintritt in meine Ausbildung auch keinen Plan von nix. Das habe ich natürlich mit der Zeit gelernt und habe trotzdem theoretischen und praktischen Unterricht simultan in einer Woche gehabt. Und da hast du doch was davon. Also haben wir doch die Erfahrung darin, dass es sinnvoll ist, dass man das irgendwie so halbwegs vermischt. Das macht doch Sinn. Kein Thema. Absolut. Dann macht es doch bei Lehrern auch. Das wäre doch mal gut. Und dann lasst ihn halt auch die Möglichkeit, daraus zu lernen oder halt auch gleich zu erkennen in den ersten Studienjahren. Und dann so, ja, das ist nix für mich. Oder ja, okay, ich sehe mich da. Und nicht, hey, ich sehe mich da, weil die Bezahlung an der Schule ganz gut ist. Aber eine Sache ist sehr interessant. Dort, wo mehr Wohlhabende leben, also im Durchschnitt mit einem Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 5000 Euro, gibt es nur 2,8% Unterrichtsausfall. Familien aus ärmeren Regionen mit einem Nettohaushaltseinkommen von weniger als 3000 Euro müssen mit viel mehr Fehlzeit für ihre Kinder rechnen. Haltet euch fest, 11,8% Ausfall. 2,8% zu 11,8%. Das ist Zeit, die man nie wieder aufholen kann. Hm, Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit, ich weiß ja nicht. Zwischen 8 und 9% Unterschied. Ich meine, ja, es kann wirklich mal vorkommen, wir sind alle nur Menschen, dass Unterricht ausfallen muss aufgrund von Dingen. Kein Thema. Aber wenn diese Ausfallzeit jetzt so hoch ist, wie da beschrieben, und das ist ja schon, ne? Moment. Außer das Nettoeinkommen von 5000 Euro und mehr. Das sind 7.000 brutto bei Steuerklasse 3. Ungefähr, ja. Aber dann hast du noch kinderfreie Beträge und so weiter. Das ist die Frage, wie es da mit drin ist. Also, sagen wir mal großzügig und sagen, 6 bis 6,5 brutto. Genau. Genau. Das sind die Ausfallzeiten. Also, man sagt zum Beispiel, Bar Vue hat jetzt ein besseres Haushaltsnettoeinkommen. Und man kann feststellen, dass da, wo das Haushaltsnettoeinkommen ein bisschen besser ist, und natürlich auch die Ausfallzeiten schlecht, äh, besser sind, ne? Also, weniger. Und NRW hat ein geringeres Haushaltsnettoeinkommen. Das heißt, da verdienen die Lehrer dann auch dementsprechend wahrscheinlich weniger. Wodurch natürlich die Ausfallzeiten höher werden, aufgrund von vielleicht Frustrationen und so weiter. Das spielt ja dann alles mit rein. Das ist die Grafik, ne? Und dieser kleine Schnitt hier, das ist, das ist der, sag ich mal, prüfungsrelevante Stoff. Diese 3,5 Prozent von, in dem Fall 100 Prozent, ist prüfungsrelevanter Stoff, der den Kindern beigebracht wird. Und tatsächlich methodisch nicht vergleichbare Zahlen mit erstaunlich niedrigen Werten überreicht. Ah, die Kultusminister versuchen sich natürlich auch dementsprechend ein bisschen rauszureden. Es ist alles nachvollziehbar und man kann über alles diskutieren. Das ist Zeit, die man nie wieder aufholen kann. Oder die Zeit, die dann Eltern aufholen müssen, weil Lehrer und Schule sich nicht verantwortlich sehen, hier nachzuarbeiten. Und jetzt rächt sich auch so ein bisschen, dass es in einigen Bundesländern für ein paar Jahre gang und gäbe war, so eine richtig rücksichtslose Praxis, dass junge Lehrkräfte, um Lehrerüberschuss vorzubeugen, einfach nur mit befristeten Arbeitsverträgen abgespeist wurden. Bedeutet so viel wie, im Sommer ist er arbeitslos, der Herr Lehrer. Und im Herbst kann er dann hoffen, dass er fürs nächste Schuljahr eingestellt wird. Wie sehr wird es zum Menschen demotivieren? Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, ja. Niedersachsen, wir machen auch mit. Das ist traurig. Ich meine, klar, wie gesagt, die Statistik ist 16, 17, aber wir könnten mal kaum. Wir gucken mal. Aber du wirst wahrscheinlich nichts kriegen. Ich gucke mal hier schnell auf dem anderen Fenster. Und wenn ich was finde, dann zeige ich es euch von Wann ist die Statistik. Der Bundesagentur für Arbeit, 2015, gibt es da keine aktuelle? Du kriegst halt auch keine Statistik her, ne? Also er hat wirklich die aktuellste genommen, die er finden kann. Also 2015, 2016 hat man sich anscheinend sehr dafür interessiert. Du kriegst keine aktuelle Statistik her. Es gibt keine anscheinend. Tausende Lehrkräfte arbeitslos. Von wann ist der Beitrag? 9.07.2022. Habt ihr eine schöne Statistik? Nö, ihr habt nur einen Beitrag, keine Statistik. 2018 ist die gleiche. Die haben die gleiche Grafik genommen. Weil es einfach keine gibt. 2016, 2017. Seitdem wurde keine Grafik dafür angefertigt. Hm. Warum denn bloß? Ich finde es super. Die Lehrer haben sich unglaublich oft arbeitslos melden müssen. Vorteil? Na, im Schulsystem, das bereits wussten, haben ca. 90% aller Lehrer bereits einen Vertrag gehabt. bis September, noch vor den Sommerferien. Das ist natürlich planbar. Auf der anderen Seite, fraglich, also ich weiß nicht, wie lang das gilt, aber im normalen Arbeitsleben, es gibt auch Schlupflöcher, aber darfst du ja eine Befristung, korrigiere mich, wenn ich falsch schlägfussel, ich glaube nur zwei oder dreimal haben. Danach musst du, zumindest in dem gleichen Bereich, unter gleichen Bedingungen, festangestellt werden. Ich weiß nicht, wie oft es dann bei den Lehrern der Fall war, ob es da Schlupflöcher gibt, ob man das auch länger durchziehen darf bei denen. Keine Ahnung. Müsste ich mich jetzt schlau machen für. Aber wenn das der Fall wäre, schwierig. Ja, maximale Laufzeiten, Einzelberufung, zwei Jahre nach zwei Jahren, eine Befristung. Möglich. Lehrer ging man endlich, weil es ist als Saison, ach, Saisonarbeit, Lehrer ist Saisonarbeit. Klar. Ganz klar. Du hast ja nur von September bis Ende Juli Arbeit und August, da gibt es keine Kinder. Ne. Wegen, keine Ahnung, Sommerferien. Das sind die alle wie ausgerottet. Man kennt es ja, wie Gartenlandschaftsbau. Gartenlandschaftsbau im Winter ist halt schwierig. Aber ja, bei Lehrern ist es ja vergleichbar. Lehrer sind Saisonarbeiter. Bringt die denn auch ein Saisonkennzeichen? Wie geil ist das denn? Das wusste ich noch nicht. Lehrer sind Saisonarbeiter. Wieder was gelernt. Schön. Allerdings wird es Migranten, vor allen Dingen aus Nicht-EU-Staaten, besonders schwer gemacht, ihre Abschlüsse hier in Deutschland anerkennen zu lassen. Laut einer Studie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der GEW, werden von bundesweit rund 2500 jährlichen Anträgen nur etwa 500 anerkannt. Ein Fünftel der Anträge auf Anerkennung nur annehmen, also von 2500, 500 Leute nur sagen, ja, also bei dir sehen wir schon eine Möglichkeit, dass du das machen kannst. Sie pochen doch immer so darauf, dass man da sich ausländische Fachkräfte hinzuziehen kann. Kannst du doch nur voneinander lernen. Ausländische Fachkräfte müssen den gleichen Bildungsstand vorweisen, wie ihr deutsches Pendant. Wenn dies nicht gegeben ist, muss man eine Schulung beziehungsweise eine Art Praktikum machen für ein halbes Jahr circa. Das müssen die allerdings selber zahlen. Ja, okay, das ist krass. Aber ich meine, jetzt gehen wir mal davon aus, okay, dir fehlt jetzt noch das Modul XY. Ja gut, machen wir. Dann hättest du doch auch schon, wie es in der Arbeitswelt, die Möglichkeit ist, zu sagen, okay, ich zahle dir diese Schulung, aber dafür musst du dich drei Jahre mindestens verpflichten. Daher ist du schon mal für drei Jahre eine Fachkraft sicher auf diesem Platz. So, genau sowas kommt nun, habe ich gestern erfahren. Perfekt. Hey, ich habe die Idee ins Rollen gebracht. Ich kriege Tantieben dafür. Nein, Spaß. Aber ich finde, ich finde das nicht verkehrt. So kannst du halt in der heutigen Zeit deinen Arbeitsmarkt sichern. Als Arbeitgeber ist ja nicht verkehrt. Und der Arbeitnehmer hat ja dann auch den Vorteil, dass er halt noch was lernt und es ihm halt nichts kostet. Er muss das Gelernte dann halt nur umsetzen. Okay. Aber zusätzliches Wissen ist Gold wert in der heutigen Zeit. Alles, was du an Wissen mitnehmen kannst, nimm mit. Meinten die aus dem Arbeitgeberservice? Nur ist noch unklar, wie das genau umgesetzt und finanziert wird. Aber das soll in zwei Monaten anlaufen. Wie immer. Hey, ich habe da eine Idee. Lass mal hören. Die Idee ist gut, aber wir machen das. Das besprechen wir in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Im Gegensatz zu vielen deutschen Quereinsteigern haben die in ihrer Ausbildung pädagogische und didaktische Fertigkeiten entwickelt und erlernt. Ich finde es generell interessant. Im Maschinenbau würde man ja auch keinen Quereinsteiger anstellen, der keine Ahnung von Maschinenbau hat. Aber an der Psyche der Kinder, ja, da darf jeder rumbasteln. Finde ich ein bisschen unverständlich. Generell bin ich... Ja, das muss man nicht weiter ausführen. Ja, unterschreibe ich so. bin ich eher der Meinung, dass man vor dem Lehramtsstudium eigentlich noch zusätzlich einen charakterlichen Eignungstest durchführen sollte. Denn wie Benno Linne, ehemaliger Chef der Berliner Lehrerausbildung sagt, nicht jeder ist für diesen Beruf geeignet. Die Persönlichkeit ist von entscheidender Bedeutung. Und Professor Uwe Scharschmidt hat in seinen Studien zum Lehralltag herausgefunden, dass gerade mal 17% der Lehrenden langfristig belastbar genug für diesen Job sind. Wie viele Lehrer haben wir aktuell in Deutschland? 17% Okay, also allgemein bildende Fächer, also Mathe, Deutsch, etc., 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 955.000 Lehrer. Das wären 162.350 Lehrer, die von dieser knapp 1. Millionen Lehrer überhaupt fähig sind, das so durchzuführen, bis sie halt irgendwann gehen. Basierend auf ihren Bewältigungsmustern und der Mangel jetzt gerade ist so groß, dass wir nicht mehr darüber reden, wie gut eine Stunde gehalten werden kann, sondern nur noch, wird die Stunde überhaupt gehalten oder muss auch sie ausfallen? Wo wir gerade bei Stunden halten sind. Wenn man jahrelang eklatante Missstände ignoriert, ist es klar, dass einem das irgendwann komplett um die Ohren fliegt. Und zwar dann, wenn es darauf ankommt. Homeschooling ist eine Geschichte des Scheiterns. In einer Studie vom Sommer 2021 gaben 85% aller Befragten an, teils erhebliche Hürden beim digitalen Unterricht erlebt zu haben. Netzstabilität und Geschwindigkeit, die mangelnde technische Kompetenz der Lehrkräfte und viel die mangelnde Kompetenz der Lehrkräfte ja. Weil die Causa Datenschutz massiv vernachlässigt wurde und weil die digitale Bildung bei Lehrkräften eklatante Mängel hat. Die werden es wahrscheinlich auch in ihrer Ausbildung nicht beigebracht werden, wie auch. Die hocken ja bloß im Hörsaal und werden beschult. Aber der Bereich, der wird ja wahrscheinlich gar nicht ausgebildet. Wieso kann man sich in diesem Land leisten, so langsam zu sein? In meinem Studium habe ich gelernt, dass es im Schnitt 15 Jahre dauert, ein neues Medium in den Lehrplan aufzunehmen. 15 Jahre. Du hast da quasi von Anfang bis Ende dein Abitur gemacht und kannst es dann eventuell in die Tonne treten. Wenn du dein Abitur gemacht hast, nach 13 Jahren, dann magst du ja meistens eine Pause oder keine Ahnung, willst du erst mal erholen, was absolut nachvollziehbar ist nach Abitur, weil das Stress pur ist. Und dann kommt die Änderung und dein Wissen ist quasi schon wieder für den Müll. Hast dich aber 13 Jahre plus Auszeit hingehockt und gebüffelt wie ein Blöder. What? Du willst ja neue Fachkräfte etc. Du willst ja dich vom Land her abheben und entwickeln. Und warum brauche ich dann 15 Jahre, um dieses Wissen zu aktualisieren? Gerade in der heutigen Zeit, wo das ja noch ein bisschen schneller geht. Generell ist Demokratieförderung für 95% der Lehrkräfte nur mäßig wichtig, während 90% der Eltern das als sehr wichtig einschätzt. Also gibt es da ein gewisses Unverständnis darüber, warum in der Schule da nicht mehr Arbeit geleistet wird, in der Aufklärung und in der Steigerung der Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler. Aus Sicht der Eltern scheint das eine wichtige Bildungsaufgabe zu sein. Technische Fähigkeiten und vor allen Dingen Medienkompetenz sind für die gesellschaftliche, berufliche und auch demokratische Teilhabe im 21. Jahrhundert einfach eine Grundvoraussetzung. Ja, das was ich vorhin gesagt habe, es ist einfach the fuck wichtig. Es ist essentiell geworden und diejenigen, die das nicht begreifen oder begreifen können oder begreifen wollen, hocken vor unseren Kindern teilweise, es gibt auch welche, die wirklich was auf dem Kasten haben, sich bemühen und sich der Zeit auch versuchen anzupassen oder auch wirklich anpassen, weil sie einfach Bock drauf haben. Aber es gibt genug, die das halt nicht wollen und die hocken dann vor unseren Kindern und erzählen denen die Story vom Pferd. Traurig. Einfach nur traurig. Dass wir da überhaupt noch diskutieren können, dass es so viele gibt, die da nicht aufgeklärt werden. Und die Frage ist, warum hängen denn manche Schulen so krass hinterher? Nun, weil die meisten Sachkosten aus kommunalen Quellen bezahlt werden. Strukturschwache Kommunen können sich es einfach nicht leisten, in Schulen zu investieren, was die prekäre Lage der sozial benachteiligten Schüler nur wiederum verstärkt. Dabei sollten gerade Brennpunktschulen eigentlich besonders gefördert werden, weil die ja auch schwierigere Aufgaben zu bewältigen haben. Im besten Ja, ja, und dann würde sich das Problem Brennpunktschule, es ist ein sehr schwieriges Wort, aber ja, auch bestimmt lösen, wenn du halt diesen Menschen, Kindern, Jugendlichen, wie auch immer, die Möglichkeit gibst, die du ihnen eigentlich verwehrst, dass das natürlich zu Reibereien und Streit und Konflikten führt, ist einmal ganz klar, du könntest es einfach ausmerzen und denen du sagst, ja, ihr kriegt jetzt, weil ihr einfach nicht die Möglichkeiten habt, ne, und Bundeszuschuss oder was auch immer, da gibt es doch bestimmt Möglichkeiten, da irgendwas zu beantragen. 2020 wurde der Sanierungsstau allein bei Schulen auf 44,2 Milliarden Euro geschätzt. Milliarden kaputte Schultoiletten, Fenster, die nicht zu öffnen sind oder zerschlagen sind, defekte Heizung und aber Diätenerhöhung, das können wir. Hey, wir haben nur noch acht Minuten, mal gucken, wie lange wir noch quatschen. Das ist ein Thema, da kannst du dich von Hundertste ins Tausende hocken und du kommst eigentlich im Endeffekt nicht bei rum, aber du hast so viele Lösungsansätze, ist die Frage, was davon würde greifen. Man kommt auf keinen Nenner. So schnell definitiv nicht. Aber du würdest, denke ich, schon auf einen Nenner kommen, der irgendwie die Möglichkeit hat, etwas zu bewegen. Aber warum denn nicht? Ich meine, es ist doch gratis Geld. Geil! Tja, Bürokratie. Erst mussten Förderrichtlinien erstellt werden, damit die Förderanträge mit ausgearbeiteten Medienkonzepten eingeschickt werden und geprüft werden konnten. Dann mussten offizielle Ausschreibungsrunden durchgeführt werden, die nach europäischem Vergaberecht ausgegeben wurden und so weiter. Politiker, also Ursulas, dürfen Aufträge vergeben, wie sie wollen und mögen und werden dafür nicht belangt. Und im Bildungsbereich musst du alles so aufkehren und transparent machen, dass du sagst, ich habe jetzt alles gemacht, bitte gib mir Geld. Aber lasst uns kurz über die TIMSS-Studie sprechen. Laut der sind Kinder, welche als armutsgefährdet gelten, und das sind 2019 tatsächlich 20,5% gewesen, leistungstechnisch ein bis zwei Lernjahre zurück. Ein bis zwei Lernjahre kriegst du nicht aufgeholt. Außer und das ist dann für das Kind krass, du magst jeden Tag nochmal zwei Stunden Nachhilfe zu dem zusätzlichen Beschulung von der Schule in den zig Milliarden Hausaufgaben, die teilweise mitgegeben werden. Und selbst dann kriegst du es nicht richtig aufgeholt. Bei gleicher Befähigung und in der Schule sind alle gleich sollten sie sein. Bei gleicher Befähigung, bei gleicher Leistung läuft. Und für den Lernerfolg ist das Verstehen natürlich entscheidend. Und Bildungsforscher sind sich einig, dass das nur mit einem systematischen einheitlichen Angebot an Sprachförderungsprogrammen schon vor Schuleintritt, dass das bewerkstelligt werden könnte. Richtig, ich meine, klar, wenn du ein Problem hast, mit der Sprache zu arbeiten oder umzugehen oder sie anzuwenden, das würde uns genauso gehen, wenn ich jetzt nach Frankreich rüberrutsche, dann werde ich da nichts reißen, dann werde ich da nicht irgendwie bildungsrelevant beschult oder könnte da irgendwie in der Arbeitsstelle unterkommen und da irgendwie klarkommen. Das würde nicht funktionieren. Also muss natürlich die Sprache irgendwie sitzen. sozial benachteiligten Kindern sind die Auswirkungen besonders dramatisch und hier klafft ein Spalt auf, der nicht mehr zu schließen ist. Bestehende Probleme verstärken sich natürlich vor allen Dingen auf engen Wohnraum und ohne die Möglichkeit irgendwie so einer Situation entkommen zu können, keiner Möglichkeit ungestört lernen zu können, weil man kein eigenes Zimmer hat, keine Digitalisierung. Kleiner Wohnraum für drei, vier Personen. Du hast keinen Rückzugsort. Also du hast teilweise das Wohnzimmer direkt an den Kinderzimmern und vielleicht hast du kein richtiges Schlafzimmer, deswegen hast du ein Wohnzimmer, was als Wohn- Schlafzimmer funktiert. Und dann kommt noch jetzt das, was er gerade ansprechen wollte, das habe ich noch abgekappt, der digitale Aspekt noch dazu. Das ist auch etwas, was in manchen Eltern Häusern halt schwierig ist. Das ist halt auch eine finanzielle Frage. ... Arbeitsmittel, kein Umfeld, das einen unterstützen kann oder will. Wie soll das funktionieren? Viele kommen mit gravierenden Entwicklungsverzögerungen in die Grundschule jetzt. Viertklässler, die auf weiterführende Schulen wechseln, können teilweise weder richtig lesen, noch richtig schreiben. Pastor Bernd Sigelow von der Arche geht davon aus, dass es in Deutschland bald 25% funktionale Analphabeten geben könnte. Oder noch dramatischer auf die kostenlosen Mittagessen in der Schule sind viele bedürftige Kinder angewiesen. Fällt der Unterricht Corona bedingt aus, bekommen die Familien nicht das Essensgeld, sondern das Essen soll an die Schüler nach Hause geliefert werden. Diese Regelung geht völlig an der Realität vorbei und klappt überhaupt nicht, sagt Maria Lohheide von der Diakonie. Geschlossene Tafeln und gestiegene Lebensmittelpreise machten es für viele arme Familien noch viel schlimmer. Da ist ein Rattenschwanz dran, was halt bei der Politik komplett voll vorbeigeht, weil sie es einfach nicht begreifen wollen, nicht begreifen können, weil ihnen einfach die Volksnähe fehlt. Das Wir-Gefühl verloren. Vergessen, wie sie miteinander umgehen sollen, berichten Lehrer und Lehrerinnen, die noch nie so viele Ich-Linge erlebt haben. Ich meine, überprüft das mal an euch selbst. Ja, die Ich-Mentalität, die ist so drastisch und so krass geworden in den letzten Jahren. Mir hängt es hier raus. Während einem verständigen, gut ausgestatteten Elternhaus vielleicht sogar mit Unterstützung der Eltern lernen konnte, der hat während der Pandemie weniger Lernfortschritt eingebüßt. Der hat weniger unter psychologischem Druck gestanden und gelitten und so weiter und so fort. Ja, diese Unterschiede in der Gesellschaft sind so drastisch im Bereich der Bildung, dass es nicht mehr normal und Bildung soll für jeden frei zugänglich sein und nicht der eine hat mehr Chancen als der andere. Ich fordere eine verpflichtende Ausbildung aller aktuellen Lehrkräfte im Hinblick auf Grundlage der Medienkompetenz im Bereich digitaler Medien. Das ist den Antrag unterstütze ich und ich glaube, da kriegt er noch genug Unterstützung zusammen. Wir sind nicht mehr konkurrenzfähig. Wenn wir jetzt mal hier marktwirtschaftlich sprechen wollen, das funktioniert nicht mehr. Die soziale Ungleichheit wird von unseren Schulen gestützt und nach Corona sind die Unterschiede noch deutlich stärker gewachsen. Ja, aber du kannst es nicht anders beschreiben als marktwirtschaftlich keine Konkurrenz. Wir sind keine Konkurrenz. Wir sind kein Vergleich. Gar nichts. Vergiss es. Du brauchst da nicht versuchen mitzuziehen. Nein. Und Stand jetzt werden wir in den nächsten Jahren komplett von der Tabelle verschwinden, weil wir einfach nicht mithalten können.